So, gucken wir doch mal in den Techbaum rein und schauen wir mal hier, was so der Raketenwerfer zu bieten hat. Die Bratwurst-Stand ein wenig aufrüsten. Was machen wir denn hier noch? Genau, nee, ganz gerne das hier. Röntgen wäre doch was Schönes. Ah, das hätte doch mal was. Aber das bringt nur was für Sniper, also von daher bringt mir das da gar nichts. Ich bin ja schon wieder pleite. Was, super Griechen als Antrieb. Zusätzliche Hüpfburg. Nicht wirklich, aber der Zünder in der Nähe, das wäre etwas, was ich auf jeden Fall noch machen möchte. Ich hoffe, da reicht auch noch die Zeit. Zwei, eins, ja, 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 es klappt, es klappt, es klappt. Haha, ich bin breit, aber sowas von. Huh, hat aber Glück gehabt. Das kann ich gar nicht sagen, du kriegst für sich ganz normal. Weiß ich nicht? Sind das Bots gegen das Spiel oder was? Nein. Nee, hast du Menschen eingestellt? Ich habe Menschen eingestellt. Du wolltest doch vorher einen Bots haben. Ja, bin ich so gut gegen Menschen, das ist ja gut. Ich war doch froh, dass du so gut gegen Menschen bist, also. Also ich bin der Meinung, das sind Menschen. Wenn das Bots sind, dann, ja. Warum bin ich jetzt schon wieder gestorben? Weil du es kannst. Weil ich mal wieder den, äh, ja, Angriff, Anspruch, Anpfiff. Ja, super. Tades hat mich wieder gekillt. Habe ich das jetzt als Botmatch gemacht? Ich bin mir echt nicht mehr ganz sicher. Ich weiß es nicht. Super, ich, äh, habe die Map hier noch nie verstanden. Jo, schön. Äh, wo ist der? Ich sehe ihn nicht. Uh, da geht's lang. Na, jetzt. Ich komme hier nicht raus. So. Ah. Jetzt springe ich da unten wieder rein, weil ich mir meinen Spaß habe. Warum haben wir jetzt schon wieder den Kontrollpunkt verloren? Gibt's doch gar nicht. Ja. Nein, 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 nein. Der gute russische Bär hat mich getötet. Naja, also wenn ich mir jetzt... Ein weiblicher, ein weiblicher Charakter und da steht Good Russian Beer, also Bär oder keine Ahnung, wie man das ausdrückt. Ich... Ja, schön, dass die 5 Captures remaining. Ich peil dir das nicht. New Control Point activated. Ich peil's nicht, ich peil's nicht. Ha! Erster, erster. Wo sind die, wo sind die, wo sind die? Oh, mein Kontrollpunkt. Weibull. Schräg... Wieder mal. Schon wieder gestromschlagt worden? Das gibt's doch nicht. Komm, komm, jetzt machen sie mich aber hier. Kompote ist im Tötungsrausch Ich mag dieses Diese Form des Spiels mag ich nicht Ich boykottiere sie Ich stelle mich jetzt hier hin Und heule eine Runde Oh, ich habe auch eine Feuerkraft, ne? Ich bin kein Daumen hier Ich auch nicht Ich habe glaube ich auch noch keinen erlegt Ich weiß es jetzt nicht Ich habe Löcher im Körper, ich kann durch mich durchblicken Ich bin sowas von hohl Das musst du nicht betonen Da wird gerade nach Team gebrüllt Ja, auf der anderen Seite wieder Das Match wird gnadenlos an den Gegner übergehen Ohne dass wir großartig was machen Dürfen Äh, super, warum bin ich jetzt hier runtergesprungen? Hatte ich hier unten irgendwie was besonderes vor oder so? Das weiß ich nicht Diese Frage kann ich denn nicht beantworten Ich bin hier unten und könnte mal Hilfe gebrauchen Jawohl, Chef, komm mal, die machen wir jetzt verplatten Jawohl Hab ihn! Kann gar nicht sein, ihr habt den Kontrollpunkt vergessen Ich habe aber kein Fleisch mehr am Bein Ja, da kann ich nichts dafür Ich hatte doch so ein schönes Ich hatte doch so ein schönes, fleischiges Bein Ah, jetzt habe ich wieder ein fleischiges Bein Hallo, Baldruus Äh, hallo, King Komm Springt da auch noch dran vorbei Ah Na, geh nochmal rauf hier Ja, genau, ich, äh Wo bin ich hier jetzt gelandet? Oh Haha Yeah Das Match wurde erfolgreich verloren Das Match wurde erfolgreich niedergelegt Ja, gegen Beiden habe ich umgebracht Das kann man aber nicht wahr sein, echt Ich habe auch mal einen gekillt Wow Yeah, wir sind gut Applaus Hey, Jubel Handgeklappert Also wenn ihr was lernen wollt, dann müsst ihr bei uns zuschauen Ja, auf jeden Fall Ne, ja, klar Also Mal so nebenbei, also Späßchen, Späßchen, Späßchen Ich denke mal, da legst die nieder Ja, das auch Wie, äh, äh, was Schon vorbei? Nein, kann doch gar nicht sein Hat doch gerade erst gestartet Hahaha Okay Ähm, ja, wenn dem so ist Dann, äh, zu meiner Rechten Seht ihr das Video, was noch kommen wird Zu meiner Linken das Video, was schon gewesen ist Und, ähm, ja, mittig unter mir Wisst ihr Bescheid Kommentiert mich Abonniert mich Und liked mich Das hilft mir Und hilft auch euch Und, ja, wir sehen uns dann In einer der nächsten Folgen Bis dahin Tschööö.